So Leute, Brothers hier, Spieler als Jackie Briggs. Ich kann eigentlich da gar nichts und das seht ihr jetzt. Einmal und zweimal. Zweimal ausgetrickst. Oh, das war mein Fehler. Aber ich hab's geschafft. So, erste Runde gewonnen. Leider die zweite verkackt. Hört mal, was sie sich sagt. Man sieht ja im späteren Verlauf, dass ich auch gar nicht so schlecht bin. Ich analysiere immer die Feinde und dann versuche ich halt die zu besiegen, weil ich weiß schon, wie die ticken. Zack, erste Runde gewonnen. Ja, einfach nur abwarten, abwarten und den Sieg nehmen. So, jetzt hier wird's richtig schwer. Ein Pressing von meinem Gegner. Ich bin aber ein bisschen entkommen. Ein schönes Combo. Noch einmal. Oh, das war, das war schön. Haha. Oh, ja. Sie denkt die ganze Zeit, dass ich werde jetzt springen. Mache ich auch, aber ich mach das vorsichtig. Und komm, Fatal Blow. Fatal Blow. Yo. Did you see that? Bam. Das ist aber echt scheiße von mir. Aber gewonnen. 2 zu 1. Wenn ihr wollt mehr sehen, einfach auf Like und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Bradis. Das ist das. Amen. król análise Babicate Стá Ф readings.